Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich möchte für einen Moment einfach mal diesen tollen Blick hier mit dir teilen. Das Meer, die Palmen, wie du siehst, ich bin ordentlich am Schwitzen hier bei 28 Grad und tropischer Luftfeuchtigkeit. Den letzten Clip zu diesem Thema hier habe ich aufgenommen zu Hause in der Küche. Da habe ich gezeigt, wie ich mir mit so einer kleinen Lanzette in den Finger piekse, mein eigenes Blut abfülle, um das dann wegzuschicken, damit ich meine personalisierten Nahrungsergänzungen kriege. Und da habe ich dir versprochen, sobald die da sind, alle Auswertungen da sind, mache ich diesen Clip hier. Den mache ich jetzt eben aus dem Urlaub sozusagen. Bin jetzt einen Monat lang schon dabei, diese Produkte zu nehmen. Ja, das ist zum einen hier sind Omega-3-Fischölkapseln und zum anderen eben meine Personalized Supplements von Bionic. Wie du siehst, ein bisschen mitgenommen von der langen Flugreise hierher. Da steht auch nochmal mein Name drauf. Also die sind eben exklusiv hergestellt für mich. Und da siehst du eben hier einfach so ein buntes Granulat. Und das ist jetzt genau so zusammengesetzt, wie der Algorithmus von Löwi anhand von meinem Bluttest und meiner Anamnese das für richtig hält. Ja, ein so ein Löffel am Tag, den mache ich mir immer einfach unter die Zunge, spüle den mit ein bisschen Wasser runter. Kannst du genauso gut in Joghurt einrühren oder ähnliches. Einziger Nachteil hiervon, hat ganz viele Vorteile. Der einzige Nachteil ist, mir bleibt das immer zwischen den Zähnen hängen. Deswegen mache ich es mittlerweile so. Ich habe da relativ große Abstände zwischen den Zähnen. Dann bleiben immer so ein paar einzelne Körner hängen, dass ich das direkt nach dem Frühstück nehme, weil ich mir nach dem Frühstück eh immer die Zähne putze und dann auch mit Zahnseide da noch so ein bisschen arbeite. Dann ist das kein Problem. Die Liste von Vorteilen ist sehr lang. Größter Vorteil, kein Gießkannenprinzip, sondern da ist wirklich genau das drin, was ich brauche. Das möchte ich dir jetzt einmal zeigen anhand meiner Auswertung. Und ich sage es an der Stelle nochmal, wenn du selbst Bock auf diese Produkte, auf deine eigene Nahrungsergänzung hast, die wirklich anhand deiner Bedürfnisse hergestellt sind, nutze meinen Code unten im Beschreibungstext und spar dir ein paar Euro. Alright, let's go! So, jetzt siehst du mich hier etwas kleiner im Bild. Dafür siehst du mein Bionic Dashboard. Das geht auch über die App. Die ist auch sehr cool und smart. Und jetzt siehst du hier meine Ergebnisse nach diesem ersten Test, meine Laborergebnisse. Ein Wert kritisch, drei grenzwertig, sieben optimal. Hier, es gibt auch so etwas wie eine Bionic Score. Da sehe ich dann nochmal die einzelnen Bereiche. Und jetzt kann ich mir natürlich hier diese Werte einzeln anschauen. So, wenn der jetzt mitmacht. Genau, Cholesterin, Ferritin, das ist der Eisenspeicherwert. Mein Verhältnis Omega 6 zu Omega 3 könnte besser sein. Hier sehe ich alle Werte, die im grünen Bereich sind. Ich kriege Lebensmittelempfehlungen, ich kriege Rezeptempfehlungen, kann mir das hier nochmal genauer an dem Score anschauen. Kriege hier ganz viel auch erklärt, was wozu wichtig ist. Ich kann mir meine Blutwerte auch nochmal genauer ansehen. Hier Cholesterin etwas zu hoch, Ferritin deutlich zu niedrig. Da will ich viel mehr von haben. Das hat auch zum Beispiel mit Sauerstofftransport zu tun. Und ich will einfach Leistungsfähigkeit voller Energie sein, noch energiegeladener sein. Also mein Ferritin muss hoch. Und dann sehe ich hier genauso, wo ich überall gut im Grünen bin. Wenn ich jetzt in anderthalb Monaten meinen nächsten Test mache, dann geht der Trend hier im Idealfall in allen drei Bereichen natürlich nach oben. Und dann würde ja mein Produkt für mich auch nochmal weiter angepasst werden. Genau, unter Ernährung sehe ich nochmal die Lebensmittel, die Rezepte, kann mich hier durchklicken. Ich sehe auch nochmal genau, was jetzt eigentlich in meinen Nährstoffen drin ist. Die Einnahmeempfehlung, es ist maximal auf mich personalisiert. Höchste Qualitätsstandard, maximale Bio-Verfügbarkeit der Produkte, der Inhaltsstoffe. Genau, und dann kann ich außerdem hier direkt unter Kontakt, kann ich mich bei Bionic melden, mir eine persönliche Beratung mit einem Ökotrophologen, mit einem Experten buchen, genauso wie die Leistungssportler das machen. Das ist alles schon sehr cool. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick damit geben. Wenn du Bock hast, dann mach das gerne auch. Ich kann das wirklich empfehlen. Nutz meinen Code, dann sparst du dir für deine erste Bestellung wirklich ein paar Euros. und ansonsten stay strong, dein Timo.